Der GSG-Hof in der Saalmannstraße blickt auf eine historische Handwerkstradition zurück. Schon 1898 wurde der Backsteinbau von einer Eisengießerei und Zahnradfabrik genutzt. Heute arbeiten auf dem Gelände kleine und mittelständische Firmen aus den Bereichen Verpackungs-, Umwelt- und Medizintechnik. Die Mischung der verschiedenen Branchen ergibt ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Nach dem Umbau und teilweise Neuerrichtung entstanden hier Gewerbeflächen mit Lagerhallen. Modern ausgestattete Büroflächen ab 40 Quadratmetern sorgen zudem für optimale Arbeitsmöglichkeiten im GSG-Hof. Außerdem verfügt jede Mieteinheit über eine separate Internetanbindung. In einer attraktiven und verkehrsgünstigen Lage befindet sich das Gewerbezentrum im Stadtbezirk Reinickendorf. Für ausreichend Stellplatzmöglichkeiten auf dem Gelände ist selbstverständlich gesorgt. Als starker und verlässlicher Partner setzt die GSG auf Kompetenz und Vertrauen. GSG – Wir schaffen Raum Konsum gal Servus Untertitelung des ZDF, 2020